Ganz herzlich willkommen auf meinem Ameisen- und Naturkanal Naturjot. Schon von klein auf habe ich gerne die Natur beobachtet und jeden Stein rumgedreht, um die faszinierenden Wesen zu beobachten, die darunter leben. Schnell wurde mir klar, dass Ameisen zu den interessantesten Tieren der Welt gehören. Mit den Ameisen habe ich mich für das perfekte Haustier entschieden. Im Mai 2018 begann ich mit Laasius niger, einer typischen Einsteigerameise. Und mit der habe ich dann auch meine ersten Erfahrungen gesammelt. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Ich habe viel dazugelernt und es sind auch einige Arten dazugekommen. Ich freue mich über jeden, der dieses faszinierende Hobby mit mir teilt und die geheimnisvolle Welt der Ameisen mit mir zusammen deckt. Fragen von euch sind jederzeit gerne willkommen und werden immer beantwortet. Ich bin auch immer offen für konstruktive Kritik. Zur Zeit könnt ihr auf meinem Kanal die Entwicklung meiner Messer Barbaros Camponotus Nicobarensis Lasius niger Crematogaster scutellaris und einigen anderen Arten verfolgen. Ab und zu dürfen auch mal meine Leopardgeckos vor die Kamera. Updates Unboxings Reviews und Tutorials könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Außerdem gibt es natürlich Schwarmflugvideos und vieles andere, was ich so in der Natur beobachte. Es gibt so vieles bei meinen Ameisen und in der Natur zu entdecken, was ich mit anderen Interessierten teilen möchte. Viel Spaß auf meinem Kanal Naturjot und wieder hier 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 Vielen Dank.